Hallo Sixers Family, Trainingscamp Diary Day One mit eurer Nummer 15, Marco Rahn. Wir hatten heute unsere zwei Trainingseinheiten, wir sind gerade mit der zweiten durch. Ganz normal, Frühstück morgens um 7 Uhr aufgestört, 7.45 Uhr dann Frühstück, lecker Ei, Brötchen, ein bisschen Käse, alles was man so als Sportler als Frühstück braucht. Danach die erste Trainingseinheit, gut überstanden, ohne Verletzungen. Jeder hat, sag ich mal, 100% gegeben. Danach gemütlich Mittag zusammen gegessen, Entspannung gehabt, ein paar Jungs haben noch zusammen Karten gespielt. Gerade eben die zweite Trainingseinheit, ohne die Doppel-Lizenz hat diesmal wieder, jeder hat sein Bestes gegeben. Zum Warm-Up dort haben wir etwas relativ Neues gemacht. Chris hat Karten mitgebracht, hat sie hingelegt. Wir mussten auf die andere Seite dribbeln, Karte umdrehen, die richtige Karte finden, wenn wir sie hatten, wieder mit zurücknehmen. Es hat mal ein bisschen mehr Spaß ins Training reingebracht und ein bisschen Lockerheit. Wir haben auch zum Trainingsbeginn immer ein bisschen Musik laufen, um die Stimmung halt etwas aufzulockern. Und gleich geht's rüber ins Hotel wieder zum Abendbrot essen und zum gemütlichen Abend und entspannen, damit wir morgen wieder fit sind.